Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3! Hier in der dritten Welt setzen wir mal den Hammer ein. Den haben wir erhalten nach einem Sieg über einen Hammer, Bruder. Das ist ja der Hammer. Damit haben wir diesen Weg und können das Boot benutzen. Und hier seht ihr schon mal ein paar Goodies. Pick a Box! Mal sehen, was Toad hier für uns so hat. Ja, ein Tanooki-Blatt, voll okay. Dankeschön! Hier können wir noch versuchen, ein paar extra Leber an Bord zu holen. Hat ja im letzten Part auch wunderbar geklappt hier. Na, die Blume mal? Nee. Ein Blumenpilz! Mit vier Augen! Mushroom is watching you. Hauptsache, wir pflanzen überall unsere dicken Ems hin. Noch ein Froschanzug, das ist schon der vierte. Also beim nächsten unterwasserverdächtigen Level werde ich mal den Frosch einsetzen. Sein kein Frosch! Doch, ich will einer sein. So. So, Pilzi. Und. Jawohl, und. Wird das was? Na siehste! Der Witz hier dran ist nämlich, dass die unterste, das untere Drittel, ja, ein bisschen länger verzögert. So, jetzt können wir wieder zurückgehen, ne? Denkste dir? Bloß weitergehen, Freunde, der Nacht. Hier haben wir noch etwas. Mhm. Hat man ja fast übersehen. Vielleicht sind hier wunderbare Items drin. Ein Pilz ist auch okay. Ein Pilz ist voll in Ordnung. So, und da können wir jetzt ja zurückgehen, oder? Na, vielleicht wollen wir noch weitergehen. Ja, hier ist das Schloss. Ne, sonst war nichts mehr. Auffällig, hier ist noch, ne, bei dem Schloss auch so eine Brücke, die es immer öffnet und schließt. Das müssen aber reine Dekorationszwecke sein. Weil, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. So, das ist die Burgkammer erledigt. Kommen wir nochmal zu Welt 8. Na, das hat ich schon mal angeteasert im letzten Part. Weil wir kurz drüber konnten. Aber der Fisch hat uns verschluckt. Okay. Gut. Wisst ihr was? Wir machen jetzt gleich mal doppelt. Oder will erst der... Ne, der Bruder will nicht. Wir machen... Zum einen will ich jetzt... So viele Froschanzüge. Der Fünfte ist das schon. So, und Stern. Ha! Froschboy, komm mal her. Egal, ich speedet euch. Solange wir einen Stern haben. Und dann besiegen. Dann besiegen. Ah! Hab ich euch nicht besiegt. Mit dem Frosch können wir nämlich ziemlich gut... Naja, an Land ist man ziemlich langsam. Kann halt springen. Aber im Wasser ist der Frosch erste Sahne, ja. Blöde Fisch... Fischikowski, ey. Ist natürlich ein blödes Ziel jetzt. Miau. Habe wir ja nicht auf einen Stern bauen können. Das muss Zufall sein. Oh, tatsächlich den Stern geholt. Und hab dann gesehen, wie der Frosch weggesprungen ist. Oh, mei. Gott. Du kannst nicht mehr entkommen, Brüderchen. Ach, naja. Wut denn? Jetzt aber... Und was bekommen wir dafür, wenn wir den Hammerbruder besiegen? Einen Froschanzug. Lass mich raten. Aber weg mit dir. Was? Der ist aber verzögert gestorben. Was soll das denn? Oh, tschüss, Mann. Ja, wenn wir einen Stern eingesetzt, bekommen wir noch einen Stern. Level 9. Ihr seht schon, die dritte Welt ist um einiges länger. Aber nicht die klassischen Bob-Oms. Obwohl, ich glaube, das sollen die Bob-Oms darstellen. Die Bob-Oms hatten ihr Debüt in Super Mario Bros. 2. Ja, ein Toki-Toki-Panics sozusagen. Und das sollen sie, glaube ich, darstellen. Ich glaube, das ist so ziemlich der Einzige, der aus Super Mario Bros. 2, aus dem amerikanischen beziehungsweise europäischen Super Mario Bros. 2, wieder benutzt wurde. In diesem Game. So. Einfach im Unterwasserbereich. Hier wäre der Frosch mal. Hier hätte ich den Frosch zeigen können. Naja. Dann küsst den Frosch, sei kein Froschkönig und alles wird gut. Ich glaube, ich will nicht nach links. Ich glaube, ich will nicht nach links. Bum. 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 Cheep-cheeps. Killer Cheep-cheeps of Doom. Oh ja, gefährlicher als jedes Karpador. Das kann ich schon mal so sagen. Oh yeah. Und wieder. Fünf Leber. Dafür, dass wir drei Sterne auf die Reihe bekommen haben. So lobe ich mir das. So, wenn wir jetzt diese Röhre gehen. Geht die Röhre, Alter, ich schwöre. Komm mal zum Schloss raus. Okay, das Finale der dritten Welt. Diesmal ist der Königssohn Dino aus Super Mario World. Ist schon der von der Schokoinsel. Da sind die aufgetaucht. Und das dritte der sieben Koopa Kids will aufs Maul. Kann man sich da noch sagen, ja. Also wir hatten morgen. Das erste könnte Larry gewesen sein. Oder Iggy. Iggy Pop. Ja. Kugel Willi. Mal sehen, wer es diesmal ist. Vielleicht Wendy. Aber der erste, der hatte weiße Haare. Danke. Der erste hatte weiße Haare. Das heißt, das Design muss sich verändert haben von dem. Vielleicht war es der, der später bunte Haare hat. Das könnte dann Iggy sein. Larry hatte, glaube ich, die blauen Haare. Naja. Eben, Morten haben wir erkannt. Roy werden wir erkennen. Ludwig. Und Wendy. Hey. Ich dachte früher immer, die werfen mit Knochen. Dabei werfen die, die aus den Luken rausblitzen halt mit Schraubenschlüsseln. Jetzt, glaube ich, wieder aufgetaucht in New Super Mario Bros. Wii. Und wir wollen denn jetzt endlich mal, sag mal, Scrolling Level halt, ne? Weil ich den Spruch noch nicht gebracht habe. Wie ich Scrolling Level liebe. So. Lass mich hier hoch. So viele Geschosse hier. Das ist Nachtruhe. Ich würde gerne hier hin, aber ich darf nicht ungern. Okay, vergiss es. Vergiss es halt. Kann ich mit Leben. Ich brauche keine Pilze. Glücklich zu sein. Oh, oh. Mutterdrehen. Ja, das dauert mir zu lang. Diese Mutter kannst du für dich behalten. Hast du eine Mutter, hast du immer Butter. Ich glaube, hier kann man drüber, oder? Ja, aber nicht denen in die Arme laufen. Das sind mir zu viele für meinen Geschmack. Komm, wir gehen. Wer wartet? Zeig dich. Wendy! Die immer mit ihr. Oh! Ach, komm schon, Wendy. Was soll denn das? Erzähl mal, wie das Luftschiff immer seine Position verändert. Das ist also Wendys Schiff. Oh, nerven die. Aber brutal. Da, werft eure Schraubenschlüssel weg. Ey, die kosten Geld? Ah, Mann, was geht's denn so weit weg? Das bringt doch eh nix. Mann, 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 Mann. So, darf man, ja? Oh, ich bin jetzt schon ein bisschen schade. Oh, ey, ey, ey. Das ist ja schon ein bisschen schade, dass wir wahrscheinlich die vierte Welt jetzt noch anfangen. Weil, naja. Boah, ich hab die ganze Leben nicht gesammelt hier für das Luftschiff da irgendwie. Ändert jetzt nicht die Position. Weil, warum nicht? Also, ich finde ja, die vierte Welt war ein Ding, wie sie anfängt, richtig genial. Muss ich sagen. 4-1. Einfach weil dieser groß-klein-Kontrast, den finde ich einfach toll. Aber nie. Wahrscheinlich noch in diesem Part, ne? Ja, alles andere wäre ja unverschämt. Ist halt nur so, dass, was am Anfang eines Parts kommt von den Leuten, von euch, ja, von den Zuschauern, in der Regel am meisten geschaut wird. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so dumme Fails entlege, dann würde ich mich keiner mehr sehen würden. Na ja, jetzt hat sich das Luftschiff da gemütlich gemacht, ne? Lass den mal kommen. Ne, weil ich immer die Position wieder verändern zur Röhre, zum anderen Bildschirm quasi hin. Okay, das war jetzt der letzte Versuch. Anschließend probieren wir es dann mal mit einem Power-Up. Mit dem Frosch, mit dem Frosch. Warum nicht gleich so eigentlich? Warum muss immer erst etwas passieren? Ja, der wirft hoch. Schmacko, fadzt du! Na, immerhin. Ist auch mal ein Erfolg. Ich bleibe auch hier oben. Fühle ich mich sicherer. Und schon ist die Welt, dieser Level, gar nicht mehr so schwierig. Was ist denn los? Wenn die... Wenn die mag es heiß, wie ihr seht. Okay. Let's go! Diesmal kriegst du... Ja, man muss... Muss nicht alles als kleiner Mario machen. Oh, die ist böse. Die�� survived. Oh, Gott sei Dank! Gib mir das Ding her! Die Soundeffekte. Oh, Wendy! Du hast uns schon ganz schön geärgert, ey! Ries ruhig weiter deine Pferdezeitschriften. Aber konfrontiere mich nicht damit. Guck mal, der König kommt irgendwie bekannt vor. Mario Face. König Mario. Klar, wenn er die Prinzessin heiratet. So, der weiße Block hat magische Power, der dir ermöglicht, Gegner zu besiegen. Okay, aber die meint wohl eher, dass der weiße Blockkommode hintergehen kann. Da sind wir direkt mal zwei Röhren, wo wir reingehen sollen. Ich glaube, eine führt uns wieder zu einem verschlossenen Türschloss. Und da sind wir richtig. Wenn wir hier noch einen Hammer hätten, könnten wir jetzt hier links an das Pilzhäuschen, aber haben wir leider nicht den Hammer. Hammer, Hammer, Hammer nicht? 4-1. Ich finde das einfach episch, hier alle so groß und deutlich, wie für, ja, wenn jemand Sehprobleme hat, einfach Welt 4 spielen. Ich erkenne es nicht so gut. Mach mal größer. Ups. Ich erkenne es immer noch nicht. Ich lege heute aber auch Fels aufs Parkett. Muss ich mich ja schon regelrecht entschuldigen. Mach ich aber nicht. Aber es kommt nur ein normal großer Pilz raus. Ui. Was wird das? Ja, vor allem diese Mischung. Es waren eben normal große Röhren, dafür zwei. Und... 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 Und da ist eine normal große Piranha-Pflanze in einer gigantischen Röhre. Meine Herren, was nicht alles gut ist. Sterne. Yay. Puh. Gelungener Auftakt, aber ich glaube, jetzt ist wieder meistens alles relativ normal. Mal gucken. 4-2. Okay, doch nicht so. Hörte! Da habe ich nicht mitgerechnet, dass da so ein blödes Vieh rauskommt, ey. Danke! Ihr überrascht mich. Was wird denn das? Puh. Da halt nicht anders bleiben. Schrennt ihr nicht hinterher. Oh, aber 4-2 war jetzt nicht so schwierig. Es gibt doch echt kurze Level. Das ist einer von ihnen, aber es gibt noch kürzere in diesem Game. Dafür gibt es auch sehr viele Level. Ach, hier ist Memory. Oh, jetzt habe ich wieder die Helf vergessen. Vieles vergessen, vieles vergessen. Hier waren Münzen. Das war Stern, glaube ich. Gucken wir einfach mal hier. Stern. Jetzt gucken wir mal, was hier irgendwie war. Na, also. 10 Münzen. War das 10 oder 20? Ich weiß es nicht. 10! Yay! Okay, hier. Hättet das sein können. Na gut. Tauthaus. Pick a box. Mach schon. Da hast du. Komm damit klar, okay? Nerv mich nicht mehr. So, Mario start. 4-3. Boah, riesige. Hammer, Brüder. Was heißt riesig? Übergewichtig. Aber hier in der Höhle scheint wieder alles relativ in Ordnung. Ich wollte so ducken und so hoch springen. Was ist denn da los? Bedruck! Bedruck! Boah, boom, 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 Ich habe überlegt, soll ich da auf den Koopa vertrauen oder nicht? Und dann war das auf einmal doch so ein Riesenabgrund, ey. Weiß ich mich das hier heute anstelle, aber... So viel Glück habe ich noch gar nicht verdient. Ja, dafür habe ich schon vorher so ein bisschen gefailt. Das muss ja alles wieder ausgeglichen werden. Was? Was? Hey! Und bei der Sternearm... Das war jetzt wieder wie vier Fails, wie viermal Leben verlust. So hat sich das jetzt angefühlt in meinem Herzen. Ja, boy. Geil gemacht. Wir erhalten wieder eine Wolke, damit können wir wieder ein Level skippen, wenn wir wollten. Wollen wir aber nicht. Burg. Frankenstein. Ah, die sind geil. Die gibt es, glaube ich, in der Form nur in diesem Spiel. Die funktionieren wie Buchus. Und laufen. Und auch, dass die Twomps zur Seite machen, habe ich nicht oft gesehen. Das war dämlich. Ah, das war noch dämlicher. Gibt es noch Spiele? Jetzt mal an die Analysten unter euch. Gibt es noch Mario Games? Was wird denn das? Willst du es auch wissen? Okay. Gibt es noch andere... Was zur Hölle? Ob es noch andere Mario-Spiele gibt, in denen die Twomps zur Seite einbashen wollen? Was ist denn heute los da, Digga? Und da bekommst du nur wieder so ein bisschen Dreck. Ich kann nicht mal einen Stern oder so einsetzen. Danke. Das ist skillig aus. Aber der Lohn ist richtig gut. Ein Pi. Das sieht aus wie der Hand. Mit dem Zeigefinger, ne? Hä? Nein, nicht festbacken. Komm schon. Tu mir das nicht an. Waren das zwei oder wo? Was war denn das? Hä? Könnt ihr mir das mal erklären? Okay, okay. Eine... Ich hebe sanft meine Augenbraue. Also sagen darf. Okay, was haben wir denn Feines? Können wir irgendwas benutzen? Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein Anfang. Pilz. Die geilen Items können wir uns noch später aufheben. Nein! Er lernt auch nicht aus seinen Fehlern, ne? Nee, geht nicht. Kann doch nicht sowas. Gebt mehr. Gib mir das her. Ich mach das jetzt nicht bei den Röhren. Werd ich erstmal schauen und gucken. Ob mir irgendetwas da... ...was Cooles bringt. Ja, tatsächlich. Die mittlere. Hey, Knochi. Was geht hier ab? Boos in the house. Hey, Maus. Wo ist Klaus? Klaus ist raus. Und zwar... Ist mit raus... Applaus raus. Klaus. Klaus. Okay. Ähm, 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 ähm. Ach, da ist er auch schon. Hä? Ist das alles? Ist das alles? Boom, boom. Also wirklich. Was ist denn das für ein Schloss? Hä? Das geht doch mal gar nicht. Okay, ich bin 800 Mal gestorben, aber trotzdem mache ich hier den Dicken. Ja. Okay, also eine schöne vierte Welt. Mit einem wunderschönen Pilzblumenstern. Und, äh, sehen uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch und Freunde, bis dann und ciao!